Moin, ich bin Thorsten, ich habe meine Freistöße beim TSV Gewachsdorf gelernt. Ich bin Jonathan, ich sage mal so, ich sage mal next. Hi, ich bin Tobi und das ist die letzte Aktion vor meinem Urlaub. Ich bin Henrik und ich treffe das Ding. Ich bin Julian und ich habe auch schon mal höher gespielt. Ich bin Julian und ich treffe jetzt für Mali die Latte. Moin, ich bin Christoph und mein Auspuff ist immer Rapport. Ich bin Mäcki und jetzt mit die Latte. Mein Name ist der Joscha und stumpf ist Trumpf. Ich bin Niko und ich kann eigentlich nur voll sparen. Ich bin Mali und kann eigentlich nur voll sparen. Ich bin Hückel. Ja!